Ich habe jetzt einen super Hit mitgebracht aus dem Jahre 1956 für die wenigen, die sich noch erinnern können. Das war ein heißer Sommer für Frankie Lyman und die Teenagers. Why do foods fall in love? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018